Guten Morgen aus der Reha. Ich glaube, eine Szene habe ich bisher gefilmt. Ich bin aber jetzt schon eine halbe Woche hier. Heute startet die neue Woche und ich dachte mir, ich nehme euch mal so ein bisschen hier mit durch, wie das Ganze abläuft. Jetzt ziehe ich erstmal meine Schuhe an und dann geht es direkt zum Frühstück. Das war das Frühstück und jetzt zeige ich euch mal den Plan für heute. Nicht wundern, ich muss hier die Namen abdecken. Also Frühstück ist ja abgehakt, dann habe ich gleich einen Corona-Test, danach Einzeltherapie, dann ein Ölbad, dann gibt es Mittagessen, Koordinationstraining, Rückenschule und Abendessen steht dann noch auf dem Plan. Corona-technisch sieht es übrigens so aus, dass jeder Patient jeden Morgen Temperatur gemessen bekommt. Das wird dann direkt vor dem Restaurant gemacht. Dann bekommt man eine neue Maske und es gibt auch drei Essenszeiten, also das ist aufgeteilt. Das war früher nicht so, dass eben einfach nur ein Drittel vom Saal ungefähr gefüllt ist. Dann hat man einen Selbstbeobachtungsbogen, den zeige ich euch mal. Das Ganze sieht so aus, da muss man einfach schauen, ob man irgendwelche Symptome hat und falls, dann direkt der Schwester melden. Ansonsten hat man noch einen Medikamentenplan und einen Plan zum Blutdruck messen. Das muss man nämlich dreimal die Woche selber machen. Und zum Gewicht wiegen, das macht man einmal die Woche. Genau, muss man dann immer selbstständig dorthin und selbstständig das Ganze ausfüllen. Auf geht's! Das ist ja jetzt alles recht hintereinander, deswegen nehme ich schon mal die Badeschlappen mit. Die habe ich übrigens hier gekauft. Ich hatte noch nie welche und sind jetzt nicht wunderschön, aber sind die, die ich halt auf die Schnelle gefunden habe. Und mein Liegetuch muss ich mitnehmen. Und den Behandlungsplan noch. Da nehme ich jetzt aber gerade die Mappe mit, damit der nicht zerknüllt. Die Behandlungen für heute sind rum. Ich habe euch mal kurz die Badewanne gezeigt. Das ist so ein Einzelbereich, aber ansonsten kann ich euch leider nicht viel zeigen oder mitnehmen, aber ich kann euch natürlich berichten. Ich habe, seit ich hier bin, auch wieder Dollarschmerzen. Auch Schmerzen, die wieder ins Bein runterziehen. Es ist kein Vergleich zu vorher, als mein Bein taub wurde und solche Geschichten. Aber ja, irgendwie denkt man sich super. Also ich habe schon damit gerechnet, dass es anfangs, wenn man halt jetzt wieder in Bewegung kommt und so, erstmal natürlich Muskelkater und Schmerzen verursacht. Aber dann macht man sich doch wieder Gedanken. Und ich kann es heute auch ganz gut zuordnen. Es ist nämlich nach dem, wie war es nochmal? Koordinationstraining. Danach ist es aufgetreten. Das Problem ist immer bei mir. Ich habe die Schmerzen nicht währenddessen, sondern die kommen dann immer erst hinterher. Und das hat es jetzt die letzten Tage auch schwer gemacht, irgendwie zuzuordnen, woher das kommt, weil es hätte alles sein können. Massage, Bewegungsbad, Training an sich. Aber heute war der Tag eben relativ ruhig bis zum Koordinationstraining. Und genau da haben wir eben auch so Ausfallschritt gemacht und so eine Dehnung mit der Hüfte, mit dem Becken. Und ich glaube, das ist nicht ganz so gut. Ja, morgen habe ich das erste Mal ein Arztgespräch seit der Anreise. Und da werde ich das auf jeden Fall mal ansprechen, dass ich eben hinterher halt immer die Schmerzen habe. Das ist halt immer so, was es halt schwierig macht, wenn die dich dann so kontrollieren und da in dem Moment ist nichts und du spürst es erst hinterher wieder. Naja. Ansonsten, ich weiß es, ich sehe furchtbar aus. Hier hat es aber den ganzen Tag geregnet und ich bin immer hier am rein- und rauslaufen durch den Regen von einem Ort zum anderen. Und ansonsten habe ich auch jetzt schon wieder Hunger. Ich habe jeden Nachmittag Hunger. Ich finde die Zeitspanne auch ein bisschen lang von mittags bis abends so ganz ohne. Ich habe mir jetzt am Wochenende mal Bananen gekauft. Ich habe mir aber eh überlegt, ich zeige euch jetzt mal hier mein Zimmer und dann seht ihr auch gleich meinen Essensvorrat für nachmittags, weil es geht nicht ohne. Hier ist das Essen, muss man sagen, aber auch ziemlich kalorienarm. Ich glaube, das ist ein bisschen angepasst. Hier sind nämlich auch ein paar Leute, die halt eben abnehmen möchten. Hier ist der Eingangsbereich. Den habt ihr ja schon gesehen. Dann habe ich hier direkt einen großen Spiegel, eine Garderobe und ansonsten wirklich auch ein schönes Zimmer. Also da vorne steht ein Tisch mit Fernseher. Den hatte ich noch nicht an. Und ansonsten habe ich mich schon ziemlich ausgebreitet. Also hier liegen eben die Listen. Der Behandlungsplan, da haben wir einen Ordner bekommen, wo wir alles einsortieren können. Das finde ich echt cool. Mein Laptop liegt da, so Doku, die Hausordnung und eben die Bananen. Genau, dann habe ich hier mein großes Bett und das ist wirklich kein Standard. Ich glaube, das müsste 1,20 mal 2 sein. Also echt toll. Ein bisschen Deko. Ein Bildchen habe ich auch mitbekommen von meiner Maus. Dann schauen wir einmal ins Bad. Einfach mit Toilette und Dusche. Klein, aber fein. Da habe ich dann einen großen Schrank. Den kann man auch abschließen. Da geht wohl auch keiner ran. Hier seht ihr einmal noch meinen Vorrat fürs Nachmittagsessen. Einen Balkon gibt es auch noch. Und jetzt müsst ihr mal genau hinhören. Da sind nämlich so viele Vögel unterwegs. Das ist richtig schön. Es wurde sich gewünscht, dass ich mal auf die einzelnen Punkte im Behandlungsplan eingehe und das mache ich natürlich sehr, sehr gerne. Also ich habe zum Beispiel regelmäßig die Wirbelsäulengruppe. Das ist einfach so, man trifft sich in einer kleinen Gruppe und macht eben verschiedene Übungen extra für die Wirbelsäule. Also das sind meistens Übungen mit den Beinen, mit den Armen oder im Stand, dass man wirklich die, jetzt habe ich schon zuvor gemacht, dass man wirklich die Muskeln an der Wirbelsäule trainiert. Die Massage ist denke ich selbsterklärend. Dann gibt es noch das Bewegungsbad. Das ist auch in einer kleinen Gruppe, eben in der Schwimmhalle. Da werden eigentlich ähnliche Übungen gemacht wie auch in der Wirbelsäulengruppe, nur halt im Wasser. Und ich muss sagen, das ist auch anstrengender, weil man da nicht so einfach den Stand halten kann. Oder man macht zum Beispiel auch Ausfallschritte und ja, im Wasser ist das halt ein bisschen anstrengender. Dann gibt es die Einzeltherapie. Da hat man dann wirklich einen Therapeuten oder eine Therapeutin zur Hand. Und da wird halt wirklich geschaut, hey, wie geht's dir? Was für Beschwerden hast du? Und es wird gezielt geguckt, wo kommt's her und was kann man dagegen tun? Meine Therapeutin hat jetzt innerhalb von einer Woche drei Dinge festgestellt. Das hätte der Arzt wahrscheinlich bei mir zu Hause nach ein paar Mal nicht rausgefunden. Auf jeden Fall hat sie gemerkt, ich habe eine Becken-Schiefstellung, meine Naht ist verhärtet, was auch zu Schmerzen führen kann. Und wir haben hier seitlich so einen Muskel, der ist bei mir total verspannt. Also sie hat einmal reingedrückt, das hat so wehgetan. Und sie hat halt gesagt, dadurch, dass ich jetzt Übungen mache und der halt nicht gedehnt werden kann, weil so seitlich dehnen und bewegen darf ich noch nicht. Das darf ich erst zwischen neun und zwölf Monaten wieder. Ja, kannst du halt zu Verspannungen kommen, was halt auch wieder zu Schmerzen führen kann. Und eben dann hat sie versucht, damit Wärme, Dehnung und Massage, um das zu lösen. Auch mein Ziehen nach unten hat sie versucht. Wurde erst mal schlimmer. Ich muss aber sagen, am nächsten Tag war es schon besser. Mit Medikamenten. Aber jetzt inzwischen hatte ich es erst mal nicht mehr. Dann gibt es ein paar Vorträge. Also zum Beispiel der Chefarzt stellt sich vor und berichtet ein paar Sachen. Jetzt war natürlich ganz groß das Thema auch Corona. Die Rückenschule war auch erst mal ein Arztvortrag. Da gab es dann aber noch mehr Termine, wo man dann wirklich auch praktisch noch was gelernt hat. Das waren dann insgesamt vier Termine. Dann haben wir noch das Ölbad. Das ist einfach nur ein Vollbad. Ach, das hatte ich euch ja schon gezeigt. Genau. Einfach mit einem Öl, mit Duft drinnen. Ist total angenehm. Wärme tut halt auch wieder gut. Hier muss ich noch mal reinkrätschen und noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Also in der Rückenschule geht es um rückengerechtes Verhalten im Alltag. Also wie sitze ich richtig? Wie bücke ich mich richtig? Wie hebe ich richtig? Was gibt es für Hilfsmittel? Alles Dinge, die ich eigentlich jedem Menschen empfehlen würde, sich mal anzuhören. Und ich frage mich auch immer häufiger hier, warum während meiner Rückenschmerzlaufzeit nicht irgendwann mal der Vorschlag gekommen ist, in Reha zu gehen. Also man wusste, ich habe eine Skoliose. Man wusste seit 2016, ich habe Rückenschmerzen. Man wusste, Physio hilft nicht. Seit 2018 wusste man, meine Bandscheibe ist verschmielert. Und ich selber habe gar nicht an Reha gedacht. Aber man hat irgendwie alles versucht. Oder eigentlich immer wieder dasselbe. Aber dieser Vorschlag Reha ist nie gekommen. Und ich finde, gerade wenn man schon Probleme hat, aber auch nur, sei es auch nur Rückenschmerzen. So ab und zu mal, wie es eigentlich jeder kennt. Ich finde, so eine Reha könnte wahrscheinlich viel helfen. Gerade für den Alltag. Und auch so ein bisschen umstellen. Also ich habe zum Beispiel ganz anderes Training gemacht, wenn ich jetzt vorher schon mal hier gewesen wäre. Die Visite, also das Gespräch mit dem Arzt, das wird hier einmal die Woche gemacht. Dann habe ich noch das Koordinationstraining. Sagt eigentlich auch schon alles. Und auch verschiedene Übungen, um einfach die Koordination zu fördern und zu stärken. Dann je nachdem geht es auch in die psychische Richtung. Also ich habe jetzt im Plan Entspannung und Stressbewältigung. Da war ich jetzt aber noch nicht. Da kann ich noch nichts zu sagen. Die Entspannung hatte ich jetzt schon. Also da war es einfach so, wir haben verschiedene Parteien angespannt und wieder entspannt. Und das war halt wie so eine Fantasiereise mit geschlossenen Augen. Und ist auch echt cool, muss ich sagen. Ganz neu mit drin habe ich auch die Trainingstherapie. Das spielt sich im Fitness ab. Da wird vorab auch geschaut, was tut dir gut? Welche Geräte sind richtig? Welche Einstellungen? Welches Gewicht? Also da wird man richtig eingewiesen und bekommt dann auch seinen persönlichen Trainingsplan ausgedruckt. Und nach dem kann man dann ab dem Moment eigenständig trainieren. Also es steht manchmal drin, aber auch so ist die Empfehlung einfach zwei, dreimal in der Woche. Immer mit einem Tag Pause dazwischen. Und ja, eben erst gibt es halt die Beschränkungen durch Corona mit der Anzahl der Leute. Aber ansonsten kann man eigentlich jederzeit dahin. Hier hat es jetzt von morgens bis abends geöffnet. Nächste Woche gibt es zum Beispiel dann auch noch einen Vortrag über Ernährung oder Sozialrecht. Genau, solche Sachen sind auch mit drin. Und ansonsten habe ich eigentlich alles durch. Ja und ich muss sagen, ich habe auch schon einiges mitgenommen. Also ich habe mir hier, ich kann es euch ja mal zeigen, schon meinen Trainingsplan für zu Hause erstellt. Habe mir auch schon ein paar nützliche Sachen bestellt. In der Einzeltherapie habe ich auch schon eine Übung gelernt, bei der man auf ganz einfache Art und Weise seine unteren Muskeln anspannt. Und eigentlich, wenn man es richtig macht im ganzen Körper, und eigentlich liegt man nur da. Aber das kann richtig anstrengend werden, vor allem wenn man es dann wiederholt. Und also ein paar Sachen kann ich auf jeden Fall schon mitnehmen, auch wenn jetzt anfangs die Schmerzen erst mal doller geworden sind. So für den Alltag, denke ich, hilft es mir auf jeden Fall. Und schmerztechnisch hat der Arzt auch schon gemeint, es braucht halt einfach noch Zeit. Mal schauen, was hier noch so rauszuholen ist. Da bin ich jetzt auf jeden Fall aber am Ende von dem Video. Falls euch noch irgendwas interessiert, noch bin ich hier. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, dann kann ich euch noch ein bisschen mitnehmen. Und ansonsten hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Tschüss! 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 Tschüss!